Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. An den Börsen steht heute einmal mehr China im Mittelpunkt. Denn die chinesische Führung hat sich zwar mit Blick auf die selbst gesteckten Wirtschaftswachstumsziele betont optimistisch gezeigt, enttäuschte jedoch mit ausbleibenden konkreten Maßnahmen die Märkte. Der Vorsitzende der Wirtschaftsplanungsbehörde des Landes, Zheng Shanye, kündigte heute in Peking an, die Fiskalpolitik zu stärken und die Koordination verschiedener Politikbereiche zu verbessern. Geplant seien unter anderem die Ausgabe von Sonderanleihen, eine stärkere Förderung von Kleinunternehmen sowie Schritte zur Stabilisierung des Immobilienmarktes. Weitere konkrete Maßnahmen kündigte er jedoch nicht an. Das sorgte an den Märkten für Enttäuschung. Investoren hatten auf mehr gehofft, nachdem vor zwei Wochen die chinesische Führung mit einer Reihe von Ankündigungen für Euphorie an den Märkten gesorgt hatte. Der Hang Seng in Hongkong büßte heute 9,4 Prozent ein, nachdem er in den letzten 16 Tagen allerdings um 37 Prozent zugelegt hatte. Und die nachlassende China-Euphorie bremst heute auch den DAX aus. Zwischenzeitlich drückt sie ihn unter die Marke von 19.000 Punkten. Aktuell sind wir noch leicht im Minus mit 0,3 Prozent. Und dazu begrüße ich den Kapitalmarktanalysten Robert Halver. Herr Halver, muss Peking dringend weitere Konjunkturmaßnahmen nachlegen, damit die großen Ankündigungen von vor zwei Wochen nicht verpuffen? Ja, das muss China. Man hat ja was gemacht. Aber ich würde mal sehr klar sagen, das 20-fache wäre nötig, um die profunde, die tiefe Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen. Die Binnenwirtschaft liegt auf dem Boden. Das Ausland kauft nicht mehr gar in China ein. Der Standort ist schwierig. Also da reichen diese Maßnahmen nicht. Also da muss der Drache in China deutlich mehr Feuer speien, als er das im Augenblick dann angekündigt hat. Sonst wird es eben nichts mit diesem Wirtschaftswachstum, mit der Wiederbelebung von Konjunktur und längerfristig auch nicht mit dem Aktienmarkt. Aber glauben Sie, dass es Peking noch gelingen wird, das wackelnde Wachstumsziel von 5% mit diesen und vielleicht noch kommenden Konjunkturpaketen noch zu erreichen? Wenn es weitere Konjunkturpakete geben würde, ja. Aber nicht mit dem, was jetzt beschlossen worden ist. Man kann ja in sozialistischen Wohlfühlparolen von 5% reden, aber die kommen dann vielleicht von Pinocchio, aber nicht von der Realität. Man muss sich vor Augen führen, die Immobilienkrise ist ganz massiv. Die Binnenwirtschaft liegt auf dem Boden. Wir haben Deflationserscheinungen. Die Industrie, die kann nicht mehr. Eine Planwirtschaft, die ja am Bedarf vorbei arbeitet. Das sehen wir ja bei der Produktion von E-Autos, die jetzt nach Europa verschabelt werden sollen, die aber dann mit Zöllen belegt werden. Auch das ist ja kein Wachstumstreiber. Das sehen wir überhaupt nicht. Also die 5% erreichen wir nicht. Man kann die offiziell bekannt geben, aber daran glauben sollte man bitte nicht. Und ist nach der Enttäuschung heute das Kursfeuerwerk an Chinas Börsen schon abgebrannt oder ist der Rücksetzer eher eine gute Einstiegschance? Ja, das Feuer lodert schon noch. Wir dürfen nicht vergessen, China hat ja seit 2021 bis vor kurzem ja nur in einem Abwärsttrend gestanden. Wir hatten im September ein neues Fünfjahrestief. Und wir haben ja gute Unternehmen, das darf man ja nicht vergessen. Chinesen sind sehr fleißig und da kann man schon sagen, dass gewisse Stabilisierungserscheinungen da sind. Aber auch das muss man sehr klar erkennen. Ein Durchmarsch, der neue Stern am Aktienhimmel ist China nicht, wenn nicht eben die strukturellen Probleme in China angefasst werden, wie zum Beispiel die vermaledeite Ideologie der Planwirtschaft. Da sind andere Märkte nachhaltig besser und klarer. Und auch die Informationspolitik, die Transparenz, das ist nach wie vor eine Wundertüte. Da wissen wir nicht, was da passiert. Alles zusammengenommen sorgt nicht dafür, dass man dann in China einen starken Treiber des Aktienmarktes sieht. Depot-Beimischung mit regelmäßigen Ansparplänen, mehr aber nicht. Und ist China für die deutschen Unternehmen ein wichtiger Export- und Absatzmarkt? Wie wird sich die weitere Situation dort in China auf die Aussichten für den DAX auswirken? Unternehmen DAX haben ja reagiert. Sie gehen ja aus China teilweise raus. Sie gehen nach Indien, sie gehen nach Amerika, weil sie die Unabhängigkeit haben wollen, nicht mehr die Abhängigkeit von China, weil ja da auch einiges im Ahnen gelegen hat im letzten Jahr. Wir müssen uns sowieso freimachen von China. Unser Platz ist natürlich zunächst mal Europa. Wir müssen den Binnenmarkt stärken für deutsche und europäische Unternehmen. Wir können nicht immer uns das Klumpenrisiko China antun. Und das haben ja einige jetzt mittlerweile begriffen. Ich denke auch, die Autoindustrie, auch der Massenmarkt wird das noch lernen müssen. China ist einfach zu gefährlich, sich da total drauf zu verlassen und sich so massiv drauf zu verlassen. Also die Welt hat schöne Standorte außerhalb von China und die muss ein DAX-Unternehmen dann auch für sich gewinnen. Und dann habe ich auch keine Sorge, dass der DAX und auch der MDAX in Zukunft weiter steigen werden. Sagt Robert Halber. Vielen Dank für die Einschätzung. Bitte sehr. Die Unternehmen in Deutschland haben trotz der Konjunkturflaute ihre Produktion überraschend kräftig hochgefahren. Industrie-, Bau- und Energieversorger stellten im August zusammen 2,9 Prozent mehr her als im Vormonat. Der Impuls kam vor allem von der Autoindustrie, deren Produktion jedoch sehr stark schwankt. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Vergleich war die Produktion von Juni bis August allerdings um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Zuge des Handelskonflikts mit der EU über die Einfuhr von Elektroautos hat China vorläufige Maßnahmen gegen europäischen Brandwein verhängt. Wie das chinesische Handelsministerium mitteilte, müssen Importeure relevanter Brandy-Sorten ab diesem Freitag einer Kaution in Höhe von 30,6 bis 39 Prozent des Warenwertes beim chinesischen Zoll hinterlegen. Der Schritt stellt eine Kehrtwende dar, nachdem Peking erst Ende August beschlossen hatte, zunächst keine Maßnahmen zu ergreifen. Die Ankündigung dürfte eine Reaktion auf die Entscheidung der EU-Staaten sein, die in der vergangenen Woche mit einer Abstimmung den Weg für Zölle auf Elektroautos aus China freigemacht haben. Damit kann die EU-Kommission entscheiden, Abgaben in Höhe von bis zu 35,3 Prozent einzuführen. Die von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump geforderten amerikanischen Importzölle könnten einer Studie zufolge die Nachbarn Kanada und Mexiko besonders stark treffen. Deren weltweite Exporte würden um jeweils 14 Prozent sinken, die Ausfuhren Chinas aber nur um 7 Prozent. Das geht aus Berechnungen des Münchner IFO-Instituts und von Econpol Europe hervor. Trump will Zölle von 60 Prozent auf Importe aus China erheben und 20 Prozent auf Importe aus anderen Ländern. Chinas Exporte in die USA würden demnach zwar um 78 Prozent zurückgehen, das Land ist aber weltweit sehr breit aufgestellt bei seinen Kunden. Die USA haben laut IFO nur einen Anteil von 19 Prozent an den chinesischen Exporten. Kanadas Exporte dagegen könnten zu 62 Prozent in die USA gehen und Mexikos Ausfuhren gehen sogar zu 68 Prozent dorthin. Daher würden hier US-Zölle von 20 Prozent stärker auf die Gesamtexporte durchschlagen als die 60 Prozent bei China. Das ist die USA und die USA.